Hallo, Thema Wattenmeer oder auf Japanisch Higata. Nachzulesen auf den Seiten 42 bis 27. Wofür ist das Wattenmeer eigentlich gut? Wir haben hier eine einfache Szenerie, wir haben hier ein bisschen Wald, wir haben hier ein bisschen Steine, das braune Zeug hier, ich weiß nicht wie man das malt, braune Zeug soll Wattenmeer sein und hier haben wir unser Meer. Und je nachdem wie der Meeresspiegel steht, kann er dann bis hier hingehen. Erstmal die Frage, wie erzeugt man eigentlich so ein Wattenmeer? Es gibt ja ganz viele Flüsse, die fließen irgendwann ins Meer und diese Flüsse tragen auch irgendwelche, wir nennen es jetzt mal Bodenpartikel mit sich mit. Und die Flüsse, wenn sie ins Meer fließen, dann fließen die ja hier quasi einmal übers Wattenmeer und da können sich dann diese Partikel absetzen und so wird das Wattenmeer immer mehr. Okay, aber was passiert jetzt beim Wattenmeer? Wofür ist das wichtig? Wir haben, sagen wir, unsere Landwirtschaft hier mit so einem kleinen Traktor und wir verspritzen fröhlich Düngemittel, Phosphat oder Stickstoff. Und über die Flüsse wird das dann eben auch hier ins Wattenmeer gespült, genau wie ich das eben hier erklärt habe. Im Wattenmeer gibt es dann verschiedene Bakterien oder Muscheln oder andere Lebewesen, die benutzen diese Nährstoffe, die quasi aus der Landwirtschaft angespült werden. Und deren Ausscheidungen landen dann hier, setzen sich unten am Meeresgrund ab und können dann von pflanzlichem Plankton gegessen werden. Pflanzliche Plankton kann dann von tierischem Plankton gegessen werden und das kann wiederum von kleinen Fischen gegessen werden. Die schwimmen dann irgendwann raus aufs Meer und die können dann von größeren Fischen gegessen werden. Und die größeren Fische, die können wir essen. Okay, was passiert aber jetzt, wenn wir kein Wattenmeer haben? Das heißt, das sieht dann eher so aus. Dann wird unsere Landwirtschaft-Kram auch angespült und genauso wie ich das bei einem der vorigen Videos schon erklärt habe, dann landet natürlich sehr viel Nährstoff, landen sehr viele Nährstoffphosphat oder Stickstoff direkt im Meer. Das kann natürlich, wie ich es vorher schon erklärt habe, zum Beispiel zu Quallen führen, aber auch zu einer roten Meeresströmung. Und die wird dann zu einer blauen Meeresströmung und dann stirbt alles. Wichtig ist hier anzumerken, dass wir keine blaue Meeresströmung haben wollen. Und damit wir keine blaue Meeresströmung kriegen, sollten wir ein Wattenmeer haben. Denn das übernimmt quasi für uns kostenlos auf natürliche Weise die Filterung unserer Abfälle, die wir ins Meer pumpen. Haben wir kein Wattenmeer, dann findet diese Filterung nicht mehr statt und wir müssen die Filterung, um dann die rote Meeresströmung zu verhindern, müssen wir diese Filterung selber vornehmen. Das heißt, wir müssen selber sehr viel Geld investieren, sehr viel Geld und Aufwand investieren, um den gleichen Effekt zu haben, den wir eigentlich kostenlos mit dem Wattenmeer kriegen würden. Und im Buch stehen auch Zahlen drinne und zwar sagt der Autor, dass auf 1000 Hektar Wattenmeer kann dreckiges Wasser von 100.000 Menschen gesäubert werden. Das heißt, ein Hektar macht ungefähr 100 Menschen sauber. Okay, dann könnte man jetzt meinen, okay, wir haben jetzt in der Vergangenheit einen Fehler gemacht, dann schütten wir das einfach wieder auf und dann ist doch alles wieder gut, wenn wir einfach unser Wattenmeer wieder herstellen, dann ist ja alles wieder gut. Da muss man aufpassen, das geht nicht so schnell, die Natur braucht Zeit. Die künstlich hergestellten Wattenmeere, die schaffen nur 30% der Leistung. Das heißt, auf einen Hektar kommen dann plötzlich nur noch 30 Menschen, die sauber gemacht werden können. Das steigert sich natürlich mit der Zeit, wenn das Wattenmeer einfach Fortschritte macht, aber was ich sagen will ist, es geht, oder was der Autor sagen will ist, es geht einfach nicht so schnell, sondern man muss den Ganzen dann Zeit geben. Und man muss dann natürlich überlegen, oder man sollte sich deswegen einfach zweimal überlegen, ob man jetzt ein Wattenmeer wirklich zerstört oder nicht, wenn man noch die Wahl hat. Okay, aber das heißt, kurz gesagt, soll das heißen, dass die Zerstörung von einem Wattenmeer eine rote und auch eine blaue Meeresströmung zur Folge haben kann. Jetzt kann man natürlich meinen, okay, naja, rote Meeresströmung, die gab es schon immer. Tatsächlich gab es die schon immer, aber es muss wohl so sein, seit dem Wirtschaftsaufschwung ist die Anzahl der Auftreten wesentlich häufiger. Und das Gefährliche hierbei ist, die sind, zumindest in Japan scheinbar, schon so häufig, dass sie es nicht mal mehr in die News schaffen. Das heißt, dass die Leute denken, naja, das tritt ja gar nicht mehr auf, weil es gar nicht mehr in den News vorkommt. Aber das Problem ist einfach, das ist eine so alltägliche Sache geworden, das landet gar nicht mehr in den News. Aber gut, das soll es auch gewesen sein zu diesem Thema. Fragen, Kommentare, in die Kommentare. Vielen Dank fürs Schauen. Vielen Dank.